Jo, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play im Kopf des Feindes bzw. Let's Kommentieren, weil ja, ich spiele ja nicht selber, ich labere ja nur scheiße und dementsprechend ja. Kreieren scheint Doktor zu sein in einer All-Any-Runde, ist ja wieder mal Premium-Kreieren in einer All-Any-Runde. Leichter geht's ja gar nicht, ja. Kannst ja erzählen, was du willst. Wobei du bist auf der guten Seite, daher vielleicht ein bisschen unglücklich für dich, aber egal. Für diejenigen von euch, die das Format nicht kennen, es geht darum, Kreieren nimmt eine Runde Town of Salem auf, ich mach das Ganze auch und der jeweils andere kommentiert es dann. Ja, hier ganz wichtig auch die Hashtags, alles Noobs außer Mutti und ja, Toni stinkt, ist nicht so wichtig, das Hashtag. Und es gibt diesmal auch wieder eine Liebe. Sogar zwei direkt, John Smith und Kaka, nicht wie letztes Mal, wo es einfach keine Liebe gab. Das war einfach unfassbar, ja. Fand ich schon ein bisschen krass. Ich muss jetzt erstmal hier den Sound ein bisschen lauter machen. Äh, ja. Weil also, ich hab natürlich auch Sound in der Aufnahme. Spiel-Sound, nicht Kreieren-Sound. Gott sei Dank. Ähm, und ja. So, er healt. Agent Gips. Würde ich auch machen. Nevisia ist gute Serie. Und es gibt eine Hexe. Eine Hexe hat ihn nämlich kontrolliert. Ja, Kreieren. Da leckt das Ganze auch ein bisschen. Es gibt vier Tote, okay. Gut. Zwei davon haben wir ja gelieft, also gar kein Problem. Ich nehme mal gerade hier so einen kleinen Sip von meinem Tea. Oh, ist das geil. Schönen Hakebuten-Tee, schön Vitamin C, richtig. Bam, 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 ja. Suits de Escort. Ja. Rudi vom Veteran umgebracht. Ich glaub schon. Bin mir jetzt nicht sicher. Hab ich jetzt eben mir nicht aufgepasst. Wird jo. Und, ja, Kreieren, zeig nochmal. Ist sie durch einen Veteran oder einen SK gestoppt? Bitte. Aber ich glaub, Veteran, sonst wird diese Todesnachricht einfach keinen Sinn ergeben. Ja, Veteran. Quintry war Lookout. Durch die Mafia getötet. Danke, Kreieren, dass du es nochmal aufgemacht hast. So hab ich es auch gesehen. Wunderbar. Kreieren will den direkt anschreiben. Wir go. Ja. Ja, Kreieren. Also er schreibt ihn doch nicht an. Interessant. Was mir jetzt das erste Mal auch auffällt, dass hier der Galgen eine Kanone ist. Oh, Kaka war Forge. Drecksliebe. Und John Smith Survivor. Und ja. It's Virgo. You have proven yourself to be a moron, sir. Warum wissen die, dass da eine Hexe in dieser Stadt ist? Ich mein, das ist Town of Salem. Da sind immer Hexen, die man verbrennen muss. Aber trotzdem. Kannst du nicht einfach Autism umschießen? Hö, hö, hö. Kreieren ist ja so lustig. Agent Gibbs und 24601. Labern hier auch? Mal should claim Jailer. Alter, was geht denn da ab? Warum will er den denn umbringen? Das verstehe ich nicht. Okay. Er hat doch noch gar nichts gesagt. Alter, was geht denn da ab? Das ist ja wieder mal hier übertrieben. Nein, Agent Numo ist Echse. Bestimmt, nachdem er ein geprofter Veteran ist, muss er Echse sein. Das geht gar nicht anders. Das muss er so sein. Alter. You guys are racists. Na ja, das kann man so sehen. Muss man aber nicht. So. Kreieren heilt jetzt Autism. Würde ich auch machen, gerade wenn er sagt, er müsste Jailer claimen. Gott sei Dank ist Kreieren Doktor und nicht Bodyguard. Ja, 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 ja. Kreieren hat Angst vor random shootenden Vigilantis. Ist ja eigentlich gar nicht das Problem vom Kreieren. So was. Überhaupt nicht. Ja, natürlich wurde er attackiert. Es kommt gleich. Ja, das Immune, das Böse, das SK. Ja. Aber er hat Jailer geclaimt, daher. Und im Nijijak wurde Forger. Interessant. Ich meine, man weiß hier null, ob es nur einen Mafioso gibt. Zwei, drei, fünf. Aber erstmal Forger werden. Warum Hut zur Hölle? Warum sollte der Executioner sein? Kreieren schreibt es auch schon. Äh. Ja, er ist Veteran. Oh mein Gott. Derpface redet mit Harmus. Oh, ich hab Bock auf Harmus. Humus. Gutes Kichererbchen. Erbchen Peiste. Lecker, lecker. Ich dachte, Agent Gips ist smarter. Ja, im Normalfall ist er das auch. Das scheint hier also ein Imposter zu sein. Einer, der sich hier fälschlich... Genau so sieht es aus. Einer, der sich fälschlicherweise ausgibt als Agent Gips. Oha. Oha. Den sollte man direkt erschießen. You have one selfie left. Okay. So, wen healt Kreieren jetzt? Nochmal Autism? Okay, nee. Agent Gips wäre jetzt healt. Interessant. Ich hätte nochmal Autism gehealt. Ah, Kreieren macht das auch. Okay. Aus dem einfachen Grund... Oft ist es ja so, okay, Mafia probiert es einmal. Mann, äh... Heilt den hoch, blöd. Hm. Dann probieren sie es nochmal. Und gerade jetzt, wenn der... Wenn der, äh... Der, 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 der... Virgo... Virgo... Virgio, wie auch immer man es ausspricht, so drauf hetzt. Hm. Keine Toten, krass. Es will einfach niemand sterben in dieser Stadt. Was geht denn da ab? Still no Muff Kills. Ist auch so geil. Der Veteran fragt Leute nach ihrer Rolle. Ist ja nicht so, als ob der was rausfinden könnte und dann suspicious wird. Nein, er ist halt Veteran. Oh, Survivor Claim. Hm. Hm. Das ist natürlich unschön. Und Virgo sagt hier ganz klar, er ist in der Amphia. Kreieren glaubt ihm auch nicht, weil ich mein Kreieren weiß ja, er ist Veteran. Woher soll der das wissen? Was geht denn da ab? Nochmal extra Matsch. I have connections. Okay. Mit einem Investigator. Ist die Frage, wurde er da angewispert? Ja, mit Autism hat er gewispert. Ah, nee, hat er ge... Hm, gevotet hat er da. Okay. Hm. Der 4601. Ich glaub, die sind alle Mafia. Kreieren ist der einzige Townie hier. Alle. Alle sind Mafia. Das kann gar nicht anders sein. So. 2 4 6 0 1. Gucken, ob was passiert. Warum er gerade den heilt, verstehe ich nicht. Aber ich mein, ja. Kann ja nicht schaden. Oh, und das war sogar noch richtig. Er wurde attackiert. Hat er mit dem geschrieben. Und ich hab's noch nicht gesehen. Oh, 2 Tote. Krass. Krass, 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 krass. Oh, der Veteran hat wieder zugeschlagen. Wirklich. Oh, der ist ja nicht. Mein Transporter geht zum Veteran. Warum? Warum? Ah, wenigstens... Hoffentlich war wenigstens der böse. Aber wahrscheinlich nicht. Geil. Geil. Einfach nur geil. Town bringt sich gegenseitig um. Also der Veteran hat bis jetzt drei Townies auf dem Gewissen. Beschuldigt immer irgendwelche Leute. Hm. Er schreibt halt immer noch Amphia. Er schreibt halt echt immer Amphia. Ja, und Krian betont hier nochmal Virgio is still proven. Mist, wo ist mein Mülleimer? Ich muss meinen Teebeutel loswerden. Da ist mein Mülleimer. Direkt hinter mir. Perfekt. Perfekt. Ich kann meinen Teebeutel loswerden. Da wispert wer. Oh, Krian ist hier. Ist hier als Doktor geoutet. Komm, Krian, du musst voten. Ja, Krian, schön. Und da hat Krians Vot dafür gesorgt, dass er hochgevotet wurde. Das war der letzte von den fünf, ja. Hm. Sehr schön. Er ist nicht ein Erwanderer. Ich meine, dadurch, dass der Transporter nicht aufgeschrieben hat, wen er wie transportiert hat, ist er natürlich auch noch Spielraum. Hamas soll Wittch sein. Warum soll... Resurrected Transporter Retri. Warum sollte da jetzt auf einmal ein Retri sein? What the fuck? Ich... Ich verstehe das nicht. Dieser Veteran... Dieser Veteran ist verwirrend. 2, 4, 6, 0, 1... 2, 4, 6, 0, 1... Hm. Hm, hm, hm. Wir können uns nicht finden... Oh, Mafioso. Mafioso. Aber ich meine, was claimt der auch Survivor? Aber er war ja in der Amphia. Das hat Virgil, Virgo, Virgo, Virgo ja richtig erkannt. Ja. Oh, Kryon. Seid doch nicht so... So negativ. Du wirst schon nicht tot sein. Du wirst überleben. Du wirst eine große, glückliche Familie haben. Und wirst in deinen alten Tage leben. Ja. Und ja. Bam. Hat schon wieder einen beschützt. Hat er gut gemacht. Hat er ja mal gut gemacht. Oh. Bloody hell, witch. Die Hexe kontrolliert ihn halt. Natürlich blöd. Hm. Jo, haben wir's road. Fragen. Überfragen. Oh, haben wir's gleich im Doktor. Okay. Okay. Warum weiß Virgo auch davon? Alter. I got shot. Okay, jetzt boten sie Roronua. So. Okay. So cool. Why me? The fuck? Bam. Hochgevotet. Bam. Er hängt. I say Inno. Kren, warum sagst du ein Inno? Oh. Pullt den Chester hier. Okay. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Also 24601 hat gewotet. Wo ist am 3? Wo ist am 3? Da wurde nur einer angezeigt, der gewotet hat, aber 3 haben gewotet. Okay. 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 Und. Ja. Mafioso Okay, schon vorbei, krass Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen Schaut auch beim Krieren vorbei Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal Bye, bye